jetzt brauchen wir hier wieder die hilfe von barry so dann läuft ein schwein nein jetzt wäre ich nicht von so einem schwein umgebracht warte jetzt in wilder fahrt wozu die langen pausen nicht greifen nicht greifen das auch noch das auch noch äh ja äh ne das ist auch doof oh man was nehm ich denn mal hier ist doch das ist am besten warte mal ja das war clever Alex ich will das hinkriegen zweite das zählt nicht der zählt doch hat doch gezählt teile box gut und jetzt gehen wir einmal auf die andere seite wieder ok ja das ist etwas naja was heißt ruhiger bereich aber auf jeden fall nicht ganz so extrem krass stressig wie andere kommt jetzt runter uah komm ich da hoch nein äh ok den sind wir perfekt umlaufen ist hier noch was drin damit ok oh ist gut ist gut da kommt die nicht hinterher sag ich jetzt einfach mal da liegt noch was sturmgewehr munition die nehme ich gerne oh gott oh gott oh gott das ist aber auch ein weh hier du gehen wir mal hier lang boah ja super was soll ich denn tun da muss ich durch ach scheiße naja muss ich ja wohl ja ich bin ja unterwegs ich muss ja erstmal hier durchkommen wo stehst du denn wo bist du ja wo bist du da bist du ja da sind mehrere sachen äh da mach mal zu nicht dass Barry da abnippelt wenn sie einigermaßen fair sind müssten sie mich jetzt ja mit Barry da ein bisschen in Ruhe lassen hoffe ich einfach mal komm 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 ist ok bist du da einigermaßen in Sicherheit nein bist du nicht das ist gut das war clever das hat nicht gereicht ok dann nicht dann nicht dann gehen wir weiter ähm wenn ich jetzt euch zu ruhig bin dann tut mir das ein bisschen leid aber ich genieße auch gerade so ein bisschen die Atmosphäre weil ich finde die Mucke sehr sehr geil gerade und ich finde das ist auch so spannend genug auch wenn ohne dass ich jetzt die ganze Zeit permanent laber wie der Dave das so gerne sagt man muss auch mal das Spiel zu Wort kommen lassen und ich finde das ist ein sehr schöner Ausdruck das äh das ist durchaus richtig okay also da kann man durchkrabbeln da kann man Rauchpulver nehmen da kann man Rauchpulver nehmen so jetzt sind wir wieder zurück da ist die letzte ich hoffe die lassen mich in Ruhe nein die lassen mich nicht oh Gott sehr gut haha einen haben wir hier war doch noch ein Stein da ist noch ein Stein hä du bist doch schnell unterwegs kleiner so erstmal müssen wir dich einmal anschmeißen bams so hier hin und rauf da äh du bist tot du bist tot da liegt das grünes Kraut sehr geil so komm mach es auf das dürfte die letzte Schleuse sein dann kommt Barry hier auch raus sieht gut aus sieht gut aus so Schleusenmeisterin können wir nachladen zum Beispiel können wir den da abknallen bams ach hallo nein es kommt näher wo wo denn es kommt näher ich muss sehen wo ja zeig mir wo da ist es okay okay ja noch eins ich hoffe nicht ach scheiße ausgerechnet jetzt geht die Position ich sehe doch nix ja ich sehe doch nix sorry boah das war knapp so das ist gut ich habe noch Pistolenmunition immerhin so okay ich hoffe dass nicht mehr so viel von diesen scheiß Viechern kommen ich kann die nicht ab ich wiederhole mich was ist das denn der lebt doch nein sag mir wo da bei dem Haufen okay okay war der da ja ich sehe es ja das kommt dieses Kackvieh da drüben ist etwas nö das Monster sieht nicht hierher das Monster sieht nicht hierher wo siehst du da was Mädel da da scheiße ähm weiter rechts Oh, alter Schwede. Ist da noch eins? Gut, das ist ein normaler Zombie. Den sehe ich auch. Puh. Okay, jetzt wollen wir mal die Tür öffnen. Mädel. Das kriegst du hin, ne? Das war schade. Das war wirklich fast da drauf. Also diese Episode möchte ich ganz gerne noch schaffeln. Beziehungsweise diesen Abschnitt möchte ich ganz gerne noch schaffeln. Das machen wir auch noch. Ich glaube, allzu viel kommt hier auch nicht mehr in der Kanalisation. Oh, weit daneben. Wenn das so weiter geht, kriege ich die Kiste heute gar nicht mehr auf. Komm, hier irgendwo da muss doch was sein. Oh. Irgendwo hier so. Oh, Mensch. Ey, Leute. Komm da. Nein, immer noch nicht. Ja, irgendwann schaffen wir das bestimmt noch. Ey, wieso ist denn da oben? Okay. Ja, es kann sich nur um Stunden handeln. Nein, ich entscheide mich grundsätzlich für die falsche Richtung. Oh, wow. Ich habe mal einen gefunden. Ach, ja. Ich, warum wandere ich immer in die falsche Richtung? Komm, jetzt her. Ja, okay, den haben sie gelten lassen. Das ist doch schön. Da. Ja, danke. Oh. Voll der Anstrengung hier. Voll der Anstrengung. Erweiterungstasche für Barry. Die sollte auch Barry nehmen. So. Äh, haben wir da noch was zum Nachladen? Nein. Die haben echt kaum noch was, ne? Gut, äh, dann wollen wir mal hier weiter hoch. Natalia, kommst du mit? Das wäre schön. So, da haben wir schon eingesammelt. Da war nichts mehr. Ja, dann können wir durch diese Tür wahrscheinlich rausgehen. Ein Speicherpunkt. Leute, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir hier sagen, ähm, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ähm, ja. Ja, ich hoffe, trotz dieses etwas ruhigeren Parts jetzt hier und, ähm, der etwas, äh, ja, wie soll ich sagen, subtileren Atmosphäre, schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein und ihr hattet wieder Spaß. Also, mir gefällt das ja gerade sehr gut, wenn es alles so ein bisschen düsterer ist und nicht nur Action. Aber, ja, das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei Barry und Natalia. Und dann gehen wir so langsam, aber sicher den Rest des Spiels an. Und ich denke, da wollt ihr dabei sein. Bis dahin. Euer Alex sagt Ciao. Das sah auch geil aus. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.